So, jetzt haben wir wieder teleportieren gelernt. Oh, da war eben das besser. Aber das habe ich ja versaut, nicht Depp. So, die erste Marionette ist weg. Und die zweite auch. So, so, so. Riss die Tonne unten packen. So, so, so. 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 So, 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 so. So, so, so. So, so, so. Das war's für heute. So, hier ist bestimmt irgendwo eine Falle. Ich kann hier keine Zauber benutzen. Ich hätte jetzt nachgucken können. Nein, ist keine Falle da. Ich hätte noch ein kleines Schwert und eine Steinbolze. Ring des Titans. Psychotrauma und der Titanschlüssel. Oh cool, Schlüssel. Oh cool. Türchen auf. So, die Harpier meintlich auch gleich weg. Zu viele Griffe, Mist. Ups, falsche Taste. Ich kann gar nicht hin mitnehmen. Was kann der eigentlich? Ich kann da einfach wegschlafen. Scheiße. Was passiert. Ich kann da immer wegschlafen. Das ist einfach so. Das ist aber ein großer Dolch. Muss ich mal so sagen. So, da unten geht's schon raus, aber ich möchte eigentlich noch das Abendviertel untersuchen. Was erwartet mich denn jetzt? Noch ne Rüstung. Diesmal in Rot und in Schwarz. Ich mach wie immer keinen Schaden. Ich mach immer noch keinen Schaden. Ich muss doch wieder zurück. Das ist ein Schneide-Dolch. Aber bei so ner fetten Rüstung nützt ne Schneide ja nix. Da braucht man schon was. Was durchgeht. Was durchgeht. Und nicht mehr Schaden ist das auch nicht. Was durchgeht. Was durchgeht. Ich weiß schon, ich habe ja noch den Heraklus. Was durchgeht. Ich muss ja auch noch ausprobieren. Was durchgeht. Was durchgeht. Was durchgeht. Was durchgeht. Wir kampen uns einmal ab und oben noch schnell. Der ist noch nicht los. Immer klaut er mir meine Zustandsvereinbarung. Ich muss mal sortieren. Ich muss mal sortieren. Wäre irgendwie sinnvoller, wenn er eingreifen würde. Irgendwie... ...klappt das nicht so mit dem Treffen? ...klappt das nicht so mit dem Treffen. Schon wieder! Oh, Mann! Da mache ich doch keinen Schaden mehr! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Schon eine dumme KI, irgendwie... Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Jetzt muss ich noch mal die MP ausgehen! Ist doch nur eine Rüstung! Kann doch nicht so viel haben... Geh! Kein Schaden und.. Kein Schaden, wow! Ich bin begeistert. Kein Schaden Antgen, die ich will ihm. Kein Schaden und der Schlagn. Ich komme zu 20,1 und bis 20,1. Das war's für mich. Untertitelung des ZDF, 2020